Eine Autobahn im Sommer. Kein toter Käfer auf der Windschutzscheibe. Ein deutliches Zeichen für eine Veränderung in der Insektenwelt. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeichnen ein düsteres Bild. Sind Käfer und Co. noch zu retten? Der Rückgang der Insekten ist dramatisch. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Wie schlimm ist die Situation wirklich? Und wer trägt die Schuld? Gibt es eine Zukunft ohne Insekten?